Dieses zum Kauf angebotene renovierungsbedürftige 8-Zimmer-Ein-Familienhaus befindet sich in Aachen. Das im Jahr 1965 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Gaszentral heizt und beheizt. Das Gebäude verfügt über zwei Carport-Stellplätze. Es hat fünf Schlafzimmer, vier Badezimmer, eine Gästetoilette und einen Keller. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1135 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 334 Quadratmetern auf. Das Haus hat einen Kaufpreis von 1.395.000 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.